So schön, dass wir gemeinsam die Adventszeit verbringen und gemeinsam uns die Weihnachtszeit einfach schön gestalten, die Adventszeit so richtig schön gemütlich genießen. Und gemütlich ist das Stichwort. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir uns gemütlich im Hinblick auf Weihnachten vorbereiten können und da ganz entspannt auch mal die ein oder andere Geschenkidee hier verwirklichen können, um sie noch rechtzeitig verpacken zu können und dann für ganz große Freude bei dem Beschenkten zu sorgen. Dafür haben wir dieses Adventsspezial für Sie vorbereitet. Das heißt, hier füllen wir die Adventszeit noch mit der ein oder anderen spannenden Geschenkidee, die garantiert für große Freude sorgen wird. Wir starten mal. Mit der ersten Geschenkidee. Das ist doch jetzt wirklich was, wo man sagen muss, da freut sich doch jeder drüber und da kann man sich selber auch nochmal ordentlich ausstatten. Da kann man sich ausstatten, da kann man, also gerade für den Preis, das ist auch mal so ein kleines Geschenk, was vielleicht noch zum Nikolaus- oder zum Adventskalender reinkommt, auch später können Sie es noch dazwischen mogeln oder vielleicht auch Leuten, die Ihnen jeden Tag Dienste erweisen, ob das der Postbote ist, der Zeitungsjunge. Das sind perfekte Geschenke für Leute, die wirklich immer viel hier kalt sind, denen friert und das tun wir doch alle im Moment. Es ist ungemütlich draußen. Wir haben hier einen Akku-Handwärmer. Ich finde das so klasse. Es gibt ja diese Handwärmer normalerweise, die man eben so zerbricht, diese Einweg-Handwärmer und dann muss man die wegschmeißen oder wieder aufkochen, das ist alles sehr kompliziert. Den hier stecken Sie ganz einfach in ein USB-Netzteil und dann schenkt er Ihnen Wärme, auch noch in drei verschiedenen Temperaturen. Zusätzlich ist es auch noch, und das finde ich eben auch klasse, eine Powerbank. Ich meine, für den Preis, überlegen Sie mal, keine kalten Hände mehr und immer Strom für Ihre Mobilgeräte. Es ist ein wirklich, wirklich praktisches Geschenk, was Sie hier verschenken können für sehr, sehr wenig Geld. Natürlich am besten gleich zwei davon kaufen, für rechte Hand und linke Hand. Einfach mit in die Jackentasche stecken und dann hat man warme Hände. Frierst du oft an den Händen, Moni? Ja, ich friere eigentlich immer an den Händen. Ui, ui, ui. Aber dieser Taschenwärmer oder Handwärmer, der bringt wirklich einiges. Ich habe den jetzt auch mal privat hier benutzt, weil ich habe genau diesen auch zu Hause und ich liebe den. Am besten aber gleich zwei bestellen. Den hat man selbst zu Hause immer in der Hand, weil es so schön ist. Diesen Effekt kennt doch jeder. Du hast die wärmende Tasse in der Hand, weil du es so schön findest, die Hände von dieser Tasse zu wärmen. Und genau dieser Effekt ist das. Nur to go, egal wo Sie hingehen, in der Wohnung oder unterwegs mal eben so in die Jackentasche gesteckt, haben Sie jederzeit warme Hände. Das ist ja jetzt auch für den Weihnachtsmarkt eine wunderschöne Sache. Oder Silvesterabend, wenn du da draußen unterwegs bist, da werden die Hände erst gar nicht kalt. Da werden die Hände erst gar nicht kalt, weil wir hier einen Handwärmer haben. Der fühlt sich auch sehr angenehm an durch diese glatte Oberfläche da und alles runde Ränder, dass man da eben wirklich auch keine Verletzungsgefahr hat. Vielleicht auch für die Kinder auf dem Weg zur Schule so viele. Also ich wüsste wirklich niemanden, für den das nicht passen würde, ob alt, ob jung, ob Männlein, ob Weiblein. Viel draußen, wenig draußen. Kalte Hände haben wir alle in dieser Jahreszeit. Und da ist das die ideale Abhilfe. Und wir haben zusätzlich noch Reservestrom für unsere Mobilgeräte. Und zwar satt. 4000 mAh, das reicht um nochmal extra 10, 20, 30 Stunden kriegen Sie da bestimmt nochmal mit raus mit so einer Ladung. Das ist wunderbar, weil ich es immer gebrauchen kann. Wirklich immer. Und wenn der Winter dann mal rum ist, wobei ich auch selbst im Sommer ja zugegebenermaßen im Auto die Sitzheizung anhabe. Also für mich ist es einfach auch Gemütlichkeit, so eine Wärme. Können Sie das ganze Jahr nutzen. Und wenn Sie es im Sommer nicht als Handwärmer nutzen, nutzen Sie es als Powerbank. Oder eben die beschenkte Person, die glückliche Person, die Sie mit ganz kleinem Geld hier zu einer Freude gebracht haben, die alltäglich in Benutzung sein wird in Form dieses Handwärmers. Denken Sie auch darüber nach, gerne mal zwei zu verschenken bei dem günstigen Preis. Schauen wir uns den Preis nochmal genauer an. Der liegt normalerweise nämlich bei 10 Euro. Wir haben den also halbiert für Sie. 5 Euro. Und da kann man schon mal auch zwei bestellen für den Postboten beispielsweise, für den lieben Nachbarn, der immer Pakete annimmt und, und, und. Oder Sie beschenken gleich fünf Personen. Sie dürfen nämlich bis zu fünfmal hier zugreifen, weil das so ein besonders günstiger Preis ist, den wir hier für Sie realisieren. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne die, dass du also mit, es gibt so die mit glühenden Steinen irgendwie. Ach, gibt's auch. Gibt's auch noch. Aber die sind natürlich dementsprechend gefährlicher. Aber wir haben natürlich noch viel mehr vorbereitet für Sie hier als Geschenkideen. Zum Beispiel für Naturfreunde ist das doch jetzt die ideale Geschenkidee, ne? Für jemanden, der gerne draußen in der Natur spazieren geht, für jemanden, der gerne mal Tiere beobachtet. Ja, es gibt ja so viel zu entdecken. Vor allem ist es ein Geschenk für Leute, die schon alles haben. Gehört das auch dazu, dieses Samtsäckchen? Genau, dieses Samtsäckchen hier gehört auch dazu. Da ist es, das Objekt der Begierde. Es ist ein Nachtsichtgerät mit Kamera. Ganz, ganz wichtig. Wenn Sie nachts etwas sehen, können Sie hier tatsächlich dann auch Fotos oder Videos machen. Sogar in 4K UHD. Also beste Qualität. Einfach eine Speicherkarte rein und dann können Sie das. Du guckst uns hier schon so komisch an, Moni. Was für Tiere siehst du denn da? Ganz besondere, spezielle Tiere. Das ist einmal die Rebecca Art und einmal die Ingo Art. Wir sind aber lieb, die beißen nicht. Aber wir sind sehr scheu und darum geht es. Stimmt. Nachts ist natürlich viel, viel los draußen in der Natur. Und das kann man in kompletter Finsternis hier tatsächlich bis zu 100 Meter weit gucken. Das Ganze dann eben auch aufnehmen. Weil man sieht dann so Tiere und sagt, Mensch, ich habe da letzte Nacht einen Hirsch mit zwölf Geweihen gesehen und Wildschwein zusammen und die haben mit dem Fuchs gesprochen. Denkt man wieder, du spinnst. So wie dieser 13 Meter lange Fisch, den man gefangen hat. Oder dieser Tiger, den wir gerade gesehen haben. Oder der Tiger. Stellen Sie sich das mal vor. Möchte man ja nicht unbedingt sehen draußen. Hier sehen wir mal, wie das aussieht. Da auf der Seite gucken Sie rein. Das ist ein sehr hochauflösender Monitor. Und wenn Sie da ganz nah rangehen, dann sieht das wirklich so aus, als würden Sie vor einer Kinoleinwand stehen oder einem riesengroßen Fernseher. Dann können Sie hier mit einer ganz einfachen, das hat also wirklich nicht viele Knöpfe, Bedienung, hier reinzoomen, rauszoomen. Sechzehnfach Zoom haben wir hier drin. Sechsfach Zoom haben wir drin. Und eben Aufnahmen starten beziehungsweise Fotos machen. Das tagsüber natürlich ein hervorragender Feldstecher. Aber auch mit dem kann man natürlich dann auch schon Aufnahmen machen. Wenn man mal bei Sportveranstaltungen, Musikveranstaltungen einfach draußen ist, weit weg sitzt und dann eben mal näher ran will und das dann eben fotografieren will. Und nachts eben hier bis zu 100 Meter in kompletter Finsternis kann man damit weit gucken. Es ist Technik, die normalerweise so, ja, Militär und Agenten haben, denkt man immer. Und das ist unerschwinglich für einen Normalverbraucher. Aber wir sind jetzt wirklich in einem Preissegment, das also wirklich für jeden interessant ist. Hier eben für sehr, sehr wenig Geld hier mit diesem neuesten Modell, was wir haben, von diesem Akku-Nachtsichtgerät. Vor allem als Geschenk ist das so interessant, in welchem Preisgefüge wir uns hier bewegen. 56,99 Euro ist ein super guter Preis dafür, dass Sie nicht nur ein Nachtsichtgerät damit haben, sondern auch diese Aufnahmeoption in dieser hervorragenden Qualität. Und das ist das, was jeder Tierfreund schätzen wird. Weil ich sage mal so, Tiere kann man sich mittlerweile auf Google zum Beispiel, kann man sich Tierfotos super schön anschauen. Geht in einer guten Qualität. Aber noch besser ist, wenn ich es mit meinem eigenen Auge sehen kann und dann auch noch festhalten kann. Meine persönlichen Erlebnisse, zu denen ich was erzählen kann, wo ich wirklich sagen kann, boah, da war ich ja an dem und dem Tag war ich unterwegs, vielleicht mit der Familie auch. Kann ja auch ein neues Familienhobby zum Beispiel werden. Dass sie gemeinsam nach draußen gehen, die Natur entdecken, mal schön einen Winterspaziergang machen, einen Abendspaziergang. Abend ist ja gar kein Problem mit diesem Nachtsichtgerät. Ja, vor allem gerade wenn du mit Kindern unterwegs bist und denen dann mal die Natur zeigst, dann holst du sie mal weg von der Dattelkiste und den Handys hier, kann man mal die Natur entdecken. Wir wohnen ja in der Stadt in Bremen, mittendrin in der Stadt. Aber sogar wir haben Tiere draußen, die man eben tagsüber nicht sehen kann. Wir haben kleine Igelchen, wir haben was weiß ich, alles Mögliche, was da kreucht und fleucht bei uns im Garten. Das kann man hier mit so einem Nachtsichtgerät sehen. Also nicht nur raus in die Natur, da natürlich besonders, aber sogar in der Stadt kann man viele, viele Tierarten sehen, die eben scheu sind und die normalerweise nicht rauskommen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wenn sie es mal ausprobiert haben, werden sie begeistert sein, wie man damit in kompletter Finsternis sehen kann und das dann eben auch noch in der Qualität und man kann das sogar aufnehmen, Fotos oder Videos machen in 4K-UHD-Qualität. Ich erinnere mich gerade an eine Fahrt mit meiner Familie und da guckte meine Mama aus dem Fenster und meinte so, oh, guck mal, Rehe und dann war ihr nicht bewusst, dass es Kühe waren. Und mit dem Nachtsichtgerät, beziehungsweise mit diesem, du kannst ja da auch ranzoomen, da hätte sie das mit Sicherheit früher erkannt, dass das keine Rehe waren, sondern Kühe. Also es erspart einem auch Verwechslungen. Aber das ist das Schöne, mal so richtig schön rangehen, mal richtig beobachten von nahem. Du hast eben gerade gesagt, wir sind ganz scheue Tiere und gerade scheue Tiere können sie so ganz nah sehen. Und das ist einfach sehr besonders, wenn man das in der freien Natur selbst erleben kann, von ganz nah, ohne die Tiere zu verschrecken. In einer wahnsinnig tollen Qualität, wie Sie hier auch sehen können. 4K-Qualität, das ist unglaublich hochauflösend. Und auch hier nochmal der Preis, unglaublich, 56,99 Euro für dieses Akku-Nachtsichtgerät. Binokular, super angenehm zum Durchgucken, das haben wir Ihnen gezeigt. Die Bestellnummer ist die ZX 3482 und die 569. Und was ich auch immer schön finde zum Verschenken, ist so Dinge zu verschenken, die man noch nicht gesehen hat. Und das betrifft jetzt in diesem Fall eine absolut geniale Innovation auf dem Markt. Und wir haben es auch hier wieder für Sie ganz schnell ins Programm genommen, zu einem Preis, wo man auch wirklich sagen muss, da können Sie mal richtig eine schöne Freude machen. Das ist die neueste Technologie von diesen, man nennt das Wearables. Das ist Technik, die man am Körper trägt. Und zwar geht es um das aktuelle Titelprodukt unseres Kataloges. Es geht um einen Fitness-Smart-Ring. Ich habe hier mal mehrere dabei. Einer ist hier schon ausgepackt. Ich stelle mal den Karton hier hin. Und hier haben wir jetzt das Wunderwerk der Technik. Ich gebe dir das mal, Moni. Das ist wirklich ein Wunderwerk, ne? Das ist einmal natürlich ein sehr, sehr stylischer Ring, den man ganz einfach so tragen kann. Aber der kann jetzt halt all diese Sachen, wozu man normalerweise eine Smartwatch braucht, eine Fitness-Smartwatch hat der alles hier in diesem Ring. Wir haben die Herzfrequenz, den Blutsauerstoff, die Temperatur, die Schritte, den Kalorienverbrauch, die Distanz, den Schlaf und sogar den Stresslevel. All diese Sachen werden in diesem Ring eben getrackt, sage ich mal. Also aufgenommen und gelesen. Und Sie können das dann an Ihrem Handy, da gibt es eine Verbindung mit der kostenlosen App natürlich, können Sie das dann auswerten und sehen, wie das mit Ihrer Sauerstoffversorgung war, wie das mit Ihrer Temperatur war. Der misst das die ganze Zeit. Und zwar kontinuierlich. Die Temperatur alle zwei Stunden im Blutsauerstoff und die Herzfrequenz misst auch alle 10, 20 oder 30 Minuten. Das können Sie einstellen. Also unglaublich viel Technik in diesem kleinen, klitzekleinen Format. Sie können sogar, und das haben wir eben gesehen, durch Gesten Ihr Smartphone steuern. Das heißt, Sie können hier Fotos machen. Sie können Fotos fernauslösen. Sie können Musik vorspulen. All diese Sachen können Sie auch machen. Und was besonders wichtig ist, Sie können hier tatsächlich auch einen Notruf losschicken, indem Sie den ganz einfach auf den Boden klopfen zweimal. Dann werden hier vorher eingespeicherte Nummern angerufen und Sie kriegen sofort Hilfe. Es ist also ein Wunderwerk der Technik einmal. Aber warum sollte man sowas haben? Ganz einfach. Mit einer Fitness-Smartwatch ist man eigentlich ständig abgelenkt ein bisschen, weil man da immer wieder raufguckt. Wie geht es mir denn? Was ist denn los bei mir? Der hier lenkt Sie gar nicht ab, aber misst trotzdem die ganze Zeit Ihre Vitalwerte. Das Ganze wird dann eben hier mit dieser kostenlosen App verbunden, dieser Ring. Und da können Sie dann Langzeitauswertungen machen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach zu machen. Wir sehen hier, dein Puls war gerade 99 Schläge pro Minute. Dein Blutsauerstoff war auch 99 Prozent und deine Temperatur 36,3 Grad Celsius. Das ist alles in dieser kostenlosen App, wo Sie das eben sehen können. Sie können hier Ihren Schlaf messen. Sie haben ein Stresslevel dabei. Jetzt habe ich diese ganzen Funktionen natürlich auch auf guten Fitness-Smartwatches. Aber wenn ich so eine Fitness-Smartwatch, ist so Geschmackssache, wenn ich so eine schöne Uhr habe, dann möchte ich nicht zwei Uhren tragen, beziehungsweise eine schöne, teure Uhr eventuell noch ablegen müssen, damit ich hier eine Fitness-Uhr tragen kann. Dafür ist das toll. Es ist ein, die Genauigkeit der biometrischen Werte hier ist also wirklich sehr, sehr hoch, weil wir das eben auch die ganze Zeit messen und man damit eben dann diese Langzeitauswertung macht. Es ist ein absolut hippes Trendprodukt. Es ist ganz, ganz neue Technik. Bei anderen Herstellern gehen die bei 300 Euro los, hoch bis zu, ich habe gesehen, 900 Euro, 1000 Euro, je nach Design, das man dabei hat. Ich finde unser Design sehr gelungen hier. Es ist also wirklich sehr, sehr schön. Und vor allem ist das mal auch wieder was, was ganz neue Technik ist, was mit Sicherheit noch nicht jeder hat. Die hat übrigens eine Laufzeit, also die hat einen Akku drin, womit wir dann bis zu 25 Tage, also Laufzeit haben, ohne dass wir den wieder aufladen müssen. Die Ladestation ist auch sehr, sehr einfach. Das legen Sie einfach nur drauf auf die Ladestation, keine kleinen Stecker, die man machen muss. Der Akku ist also auch noch drin. Und Sie müssen die auch nicht ständig neben Ihr Smartphone legen, um jetzt die Werte zu bekommen. Die hat einen Speicher drin für sieben Tage. Das heißt, einmal die Woche bringst du die irgendwie in die Nähe von deinem Smartphone und dann hast du deine ganzen Werte, die du da sehen kannst. Ich finde das unglaublich, wie viel Technik hier in diesem kleinen, kleinen Ring steckt. Wir haben die Technik, wir haben den Akku, wir haben Bluetooth, wir haben alles in dieser kleinen Bauform. Das ist der absolute Wahnsinn und ist dabei eben auch noch sehr schick und, ich sage mal, unauffällig im Gegensatz zu so einer Fitnessuhr. Definitiv. Und vor allem ist es auch ein schönes Geschenk, eine schöne Geschenkidee für jedes Alter. Also das ist wirklich, was das macht Sinn für jeden, die Vitalwerte im Blick zu behalten. Für junge Menschen, die vielleicht einfach ein bisschen fitnessaffiner noch unterwegs sind, ist das super. Aber Vitalwerte im Blick behalten ist auch für Menschen, die nicht fitnessaffin sind, total super. Ältere Herrschaften. Und vielleicht möchte ich meine Mama oder meinen Papa noch beschenken, um den ich mich ab und an sorge und zeige ihm den Ring und sage einfach, hier guck mal, wenn du stürzt, dann klopf zweimal da mit auf den Boden, dann komme ich sofort und kann dir helfen. Das ist ein Sicherheitsgefühl, was ich mir als derjenige, der das verschenkt, auch geben kann. Und es ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, zu einem unglaublichen Preis hier zuzuschlagen. Bei Pearl.de liegt der Preis nämlich bei 130 Euro, was auch schon sehr, sehr günstig ist für so eine Innovation. Aber ihr Preis, der liegt bei nur 89,90 Euro. Also das lohnt sich definitiv. Was wir gerade jetzt bei Pearl.de gesehen haben, ist auch eine wunderbare Idee, wie man denn überhaupt eine Ringgröße rausfinden kann. Ringgröße ist ein ganz großes Thema. Natürlich am besten wäre es dann, komm doch mal mit zum Juwelier, wir messen mal deine Ringgröße. Ist natürlich schwierig. Mein Tipp ist, nehmen Sie einen Ring von Ihrem Partner, nehmen Sie den Ring mit zum Juwelier, dann wissen Sie die Ringgröße. Oder Sie messen das einfach mal selber mit einem kleinen Streifen. Hier sehen wir die verschiedenen Größen, die Sie bestellen können mit den entsprechenden Bestellnummern. Wir haben hier ein Kontingent, tatsächlich sehr begrenzt. Sie dürfen es nur dreimal pro Besteller bestellen. Aber zu dem Preis hier ist das der absolute Wahnsinn. So ein Hightech-Produkt. Ja, es ist super für all diejenigen, die sich auch gerne mal begeistern lassen von der Innovation, von der Technik, was die so alles mit sich bringt. Weil das ist auf ganzer Linie begeisternd. Wir bringen Ihnen in dieser Adventsshow Geschenkidee nahe und wir bringen Sie so ein bisschen auf so ein paar Ideen mal für bestimmte Personen tolle Geschenke sich zu überlegen. Bei manchen Menschen ist es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, mit diesem Geschenk landen Sie immer einen Volltreffer, weil wer will denn nicht Geld sparen? Es geht um Solarenergie. Solarenergie. Es ist wirklich, hat sich hier jetzt auch langsam etabliert. Also wir sehen das natürlich an den Bestellnummern, dass das jetzt sehr, sehr populär ist, eben auch als Weihnachtsgeschenk. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Balkon-Solaranlage als Weihnachtsgeschenk. Sie brauchen keine Angst vor der Installation zu haben. Das ist alles hier im Lieferumempfang enthalten. Sie bekommen zwei riesengroße Solarpenner. Sie sind jeweils so knapp zwei Quadratmeter groß mit jeweils 420 Watt. Das ist die Strommenge, die Ihnen die liefern. Die stecken Sie ganz einfach über einen Inverter in Ihre Haussteckdose. Das ist die ganze Installation. Sie müssen nichts messen, Sie müssen nichts löten, Sie müssen nicht denken, oh Gott, da brauche ich den Techniker dafür. Das kann wirklich jeder. Es ist eine steckerfertige Solaranlage, die Ihnen Strom liefert. Wir wissen alle, Stromkosten sind nach oben gegangen in den letzten Jahren. Wir haben noch den Energiepreisdeckel, aber jeden Strom, den ich selber erzeugen kann, entlastet natürlich meine Stromrechnung. Und hier haben wir eine, ja, ich möchte mal sagen zukunftssichere Balkon-Solaranlage. Der Hauptgrund, warum Leute zögern, ist wirklich, weil sie eben denken, oh Mensch, das ist doch viel zu kompliziert. Wer weiß, da muss ich doch einen Techniker holen, der mir das installiert, einen Dachdecker, was weiß ich. Es ist wirklich so leicht, wie es hier aussieht. Sie hängen einfach oder befestigen diese zwei Solarpanel, die Sie bekommen, an Ihrem Balkon oder überall, egal wo, wo Sie Platz haben. Am Ende ist tatsächlich hier ein fünf Meter langes Kabel, was Sie dann ganz einfach in die Steckdose stecken. Und da, wo normalerweise Strom rausgeht, geht jetzt Strom rein. Das ist das ganze Geheimnis. Und dann wird der ganze Strom bei mir im Haus, den ich benutze, zuerst von diesem Strom bedient. Wir haben im Moment, die wird ausgeliefert mit 600 Watt. Das ist so im Moment die Grenze in Deutschland, womit wir ein einfaches System haben. Das heißt, Stecker fertig mit Schuko-Stecker am Ende, also den ganz normalen Haushaltsstecker und ein bagatellisiertes Anmeldeverfahren. Das sind alles diese Grenzen mit 600 Watt im Moment. Das ist alles, was Sie jetzt erzeugen können. Diese 600 Watt brauchen Sie nicht Ihrem Energieversorger bezahlen. Und das ist mal ein Geschenk, was eben auch über viele, viele Jahre, jeden Monat, jeden Tag Geld spart. Die Anschaffungskosten, sehen Sie hier, sind ein paar hundert Euro. Und das hat sich innerhalb kürzester Zeit rentiert, muss man so sehen. Wir haben hier eine zukunftssichere Anlage, weil Sie die ganz, ganz einfach, in dem Moment, wo das Gesetz in Kraft tritt, dass es von 600 auf 800 Watt hochgeht, Sie einfach nur einen Knopf mit der zugehörigen App drücken müssen. Dann wird das aufgebohrt, sage ich immer, auf 800 Watt. Es ist super komfortabel. Sie brauchen nichts einzustellen, gar nichts. Sie drücken einfach wirklich nur einen Knopf auf dieser App. Auf der App können Sie natürlich auch sehen, wie viel Strom Sie gerade erzeugen. Strom kann man nicht sehen, der fließt nicht irgendwo lang oder wiegt irgendwas. Mit der App können Sie sehen, wie viel Strom Sie erzeugen jeden Tag und vor allem, wie viel Geld Sie tatsächlich gespart haben. Warum ist das gerade jetzt eine sehr gute Idee? Natürlich als Weihnachtsgeschenk, also eine ganz, ganz tolle Sache. Überlegen Sie mal, zwei große Solarpanel unter dem Weihnachtsbaum. Das macht richtig was her, aber auch, weil wir halt im Moment noch diese Förderung haben mit dieser 0% Mehrwertsteuer Variante. Es ist Solaranlagen sind mit dem Jahressteuergesetz gefördert worden. Das wurde am 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt, dass wir diese Anlagen mit 0% Mehrwertsteuer bestellen können. Zum anderen gibt es im Moment noch Fördertöpfe auf kommunaler, regionaler Länderebene, wo Sie, wenn Sie eine Balkon-Solaranlage kaufen, noch mal Geld zurückbekommen können. Und das geht tatsächlich, wenn Sie mal gucken, bis zu 500 Euro. Dann kostet die Anlage wirklich fast gar nichts mehr. Die Anlage kommt lieferkostenfrei zu Ihnen. Da brauchen Sie also auch nichts zu bezahlen, aber es ist vor allem so einfach, die zusammenzubauen. Gerade mit den Förderungen, Rebecca, man hört ja jetzt die ganzen Meldungen mit den Haushalten und was alles gekürzt wird. Die Energiepreisbremse und Strompreisbremse ist jetzt schon weg wieder am 1. Januar. Aber das ist noch mal ein Grund, warum man jetzt eben tatsächlich jetzt hier sich selber Strom erzeugen können. Und das ist eben dieses zukunftssichere Geschenk. Und das ist das, was Geschenke dann letztlich so wertig macht. Nämlich fernab von dem Wert, was dieses Geschenk tatsächlich im Einkauf hat. Was macht denn ein Geschenk wertvoll? Das ist, dass ich längerfristig was davon habe. Nicht, dass ich mich einmal freue und dann wird es irgendwie weggepackt. Nee, die richtig tollen Geschenke sind die, die ich wirklich benutzen kann, die mir auch immer einen Nutzen bringen, tagtäglich. Und das haben wir hier beim Stromkostensparen. Ist doch schön, wenn du sagen kannst, hier, guck mal, ich habe dir was geschenkt, damit kannst du Stromkosten einsparen. Das ist doch super. Man sagt wirklich, dass man mit so einer Anlage 20 Prozent Stromkosten sparen kann im Jahr. Und das ist eine ganze Menge, wenn Sie mal an Ihre Stromrechnung denken. Das ist viel besser, als wenn Sie einen Umschlag geben mit Geld drin. Da weiß man nach zwei, drei Monaten gar nicht mehr, da habe ich jetzt getankt und dann war ich essen und einkaufen, war ich auch noch im Supermarkt. Und dann ist das Geld weg und ich weiß nicht, wofür. Eigentlich verpufft, weil man es nicht weiß, wofür man es tatsächlich verwendet hat. Klar, jeder freut sich mal über so ein paar große Scheine in der Tasche. Natürlich, aber viel besser ist es doch, wenn ich ein Geschenk habe, was dann wirklich auch Bestand hat. Und wo ich weiß, da ist es reingeflossen und ich habe tatsächlich doch noch ein paar Scheine in meinen Geldbeutel gekriegt, weil ich das ganz einfach mit dieser Solaranlage gespart habe. Ein super Geschenketipp für jede Familie. Vielleicht haben Sie Kinder, die auch Familien schon gegründet haben. Da ist das ideal. Mit der Artikelnummer MB1196 und der 569 bestellen Sie diese Geschenkidee. Schön, dass Sie mit uns die Adventszeit verbringen. Vielen Dank.